hey guys seh doch diesen kopf du siehst den nicht er ist einfach nur vorhanden er hat mich nicht mal gesehen wenn ich ihn schon sehe da müsste ich eigentlich auch easy sehen ich war hier hier hat es ist der kopf rausgestattet mein kopf steht steckt da auch aus und er macht gar nichts gegen hattelte schottelte so hat er hat da haben das war dumm wo denn warum schießt du nicht ist doch klar dass man diesen kleinen kopf anscheinend doch klar was denkt er sich Das war's für heute. 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 Vielen Dank. Ich bin der größte Törtler und sowas. Ich verstecke mich. Ich mache Kills. Verstecke ich mich wieder. Ich bin so ein Abwechslspieler. Ich töte? Dann törtel ich? Hol mir Loots? Dann törtel ich? Dann hol ich mir Leben? Wie, Digga. Mein ganzes Gameplay besteht aus Törteln und nur umbringen. Törteln und umbringen. Aufs Merk besteht mein Gameplay. Törteln, umbringen, abhauen. Mehr sehe ich da nicht. In meinem Gameplay. Ich sehe immer die gleichen Schritte. Wow. Da ist meine Markierung 1600 Beta dahinten noch. Good night zum Lootshop. Lootshop. Ey, wichtig. Wichtig. Da ist daneben noch ein Topf. Ich sehe mich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. What's wrong with you if you're here? You're here is in a milleimer. In a milleimer. Digga, sei hier in warmen Mülleimer. Das kann ich nicht sein. Das kann ich nicht sein. Ja, gleich! Mach ich jetzt! Der hat noch ein bisschen Mut gelassen. Ja! Ich hab ihm vom Mut weggescheucht. Ah! Digga, Ehre! Ich hab ihm vom Mut abgescheucht! Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal. Das war's.